So, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge. Jetzt Folge... Warte... Neun! Wow, neun Folgen machen wir das jetzt schon, Lukas. Ja, muss gleich nicht so machen. Eine Folge müssen wir noch, dann kannst du das ruhig machen. Der Lukas ist auch wieder dabei, ne? Hallöchen. Immer noch mit seiner Gasmaske. Und wir rennen jetzt erstmal zu dem Hinkelstein, der da ist. Nein, wir rennen jetzt nach, ja, zum Flughafen. Oh, Lukas geht hier so langsam. Was heißt wieder? Du wirst schon mal schneller gegangen. Oh, ist doch hoch und weiterspannen. Wie soll er einen zu zickzack? Warum nicht? Schneller. Hey, ich glaube, ich habe dir das Video. Der kommt mir bekannt vor. Vom anderen Server. Jetzt geht er wieder. Ich bin drin. Leute, hier fehlt einfach mal der Zaun. Ich bin drin. Ich auch. Ja, hier fehlt einfach mal der Zaun. Wieso rennst erst in die Richtung und obwohl da der Zaun einfach mal fehlt. Ja, hallo. Man muss doch die Eingänge benutzen. Und nicht da, wo Wände fehlen. Oder Zäun, er gesagt. Zäun. Boah, wenn wir jetzt bei A mal zwei hätte ich jetzt mir eine C-130 geschnappt und dann hätte der erstmal wieder Nasenlandung gemacht damit. Weiß denn, ich hatte einen Fluglehrer, der hat es mir so beigebracht. Immer wenn ich meine Waffe nehme beim Sprinten bin ich So, was haben wir denn hier? Guten Tag Wir sind's wieder, wollen euch nochmal ausrauben Kennt ihr ja schon Ist ja nicht das erste Mal Oh, hier sind Handschuhe Was ist da oben? Ich sieh's gleich, komm ey Wir haben gleich so gut ausgerüstet Und dann kommt einfach so ein Typ und der schlägt uns Ah, bitte Fäusten Oder mit dem Dosenöffner Ja, einfach mit so einem Dosenöffner Jetzt hat er hinten wieder noch Ne, er ist noch da Genau Ja, durchs Gebüsch rennen Ja, durch so einen fetten Baum kann ich rennen Aber nicht durch so einen kleinen Baum Baum Ich beweise dir, dass ich nicht liss bin Baum Das Ding wird schon gelootet sein Hier oben, hier oben ist einer Ja? Ja, doch Der sitzt da oben Da oben sitzt wirklich einer Wollen wir den erschießen? Oh Da in der Ecke Erschießen Alter Er ist so frank Erschießen Bam 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 Oh, was hat er denn so dabei gehabt, ne? Ey, die SKS-Money kann ich gut gebrauchen Ja, gebe ich die gleich Gebe ich die gleich Oh, die Fesseln Ey, ich nehme mir diese Longhorn, nehme ich Nimm die Ich muss noch einen Platz dafür finden Ach komm, der Pilotenhelm kann eigentlich weg Da schießt einer, da ist einer Da 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 Wollen wir den erschießen? Da 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 Ey, die nehmen wir das nicht mehr Und wir sind ganz friendly, ne? Nicht vergessen, Kinder Also wenn ihr uns seht, keine Angst haben Wir tun euch nix Ne, ich schieß nur lieber, bevor sie schießen Ich hab doch gesagt, hier kennt einer sein Das ist so ein Gürtel, weißt du? Den will ich mir umschnallen Hier, siehst du auch diese Chesterhäupt? Ja, wenn du die ansetzt, dann ist Dings weg Dings? Die beste da, ne? Ja Also, okay, dann ne Mein Helm ist schon jetzt übel Ey, mein Helm ist auf einmal auch übelst kaputt, als ich den abgelegt habe Ich nehme nochmal die Fesseln mit Pass auf, ich bin überwaffnet Alter, der hat da sogar hier ein Dings drauf, wie heißt das? Boah, ich könnte jetzt so gut einen Headshot geben Ach, hier ist mein Pfeil Ey, guck mal meine Waffe an Ja, ich kenn die Kennst du diese, äh, eine Pistole aus Men in Black 1? Die so übelst klein ist, aber so einen übelst fetten Schaden hat Kennst du die? Ne, jetzt auf die Schnelle nicht Auf jeden Fall sieht die so aus, weißt du, du schießt mit der in so einen Lahnrad Auf einmal extribuiert der ganze Lahn Ja, der hat auch ne coole Jacke, ich will die Jacke haben Die Munition hingelegt, ne? Ne, doch nicht Die Position dürfte jetzt hier liegen, da Ja, warte mal eben Ich hab gerade aus, dass ich meine Jacke weggeworfen Geht hinter den Typen Liegt hinter den Typen Ich will wieder meine Jacke haben Dann nimm sie Ja, der Typ hat sie Leute, sie wird's verpackt, guck mal Hä, wo ist sie denn, die Muni? Lass sie doch an Achso, die Muni, die liegt hier Okay, danke Direkt vor mir Direkt vor mir, ich guck genau drauf Sie ist jetzt all über die Feuer Äh, packen wir es mal da rein Ich muss noch kurz, zack, machen Ah, jetzt zeig ich sie auch wieder an Schön, schön, schön Äh, okay, was kann ich mir noch von den Typen schnappen? Eine SKS, nein Oh, das könnte ich mir noch Das könnte ich mir mal schnappen Zack Sonst freue ich eigentlich nichts mehr von denen So, meine Hände sind weg Ohne Scheiße, meine Hände sind weg Ich hab die Handschuhe von denen angezogen Und meine Hände sind weg Ja, dann warte kurz Check Puls Ah, jetzt sind wir ja da Er ist wirklich tot Auf jeden Fall Wieso sollte er nicht wirklich tot sein? Ja, manchmal Äh, eben die noch Also sind da nur Wormächtig Deswegen So Der Spieler, den wir gesehen haben Der war am futtern Wir haben ihn getötet Okay, und wer so war Dieser war am futtern Der war am futtern Wohre? Könnte man seine Füße teabaggen Bams Hab ich überhaupt noch Schuss hier drauf? Ach, das heißt Sie sollte auch mal gucken Ob der Muni hierfür hatte, ne? Wie heißt die Waffe denn? Longhorn Longhorn Was sind die Longhorn denn für? Weiß ich nicht Ach, da Äh Solche Searing Kit Ist ja die Waffe weg, ey Ich hab schon mehr diese kleine Waffe verloren Ey, ist doch scheiße Ich bin so blöd manchmal Hast du wieder? Ja, auf die Waffe wieder Okay, wir können weiter Oh, jetzt Brauchst du jetzt den Eschwald-Stick? Ähm Hast du so ein? Nein Ich hab'n Feuerlöscher Ich kann dir einen Feuerlöscher anbieten Ja Voll nett Äh, siehst du, haben wir mal den ersten Typen getötet Oh ja Ich hab'n Feuerlöscher Ich hab'n Feuerlöscher Ich hab'n Feuerlöscher Ich hab' jetzt von Angst, dass er auf dem Tower sein Damit der Sniper sitzt ach ja ich jetzt weg das mal mit meiner kleinen waffe von hier sehe ich kein ich gucke mal von den panzern aus also warte lieber bei den panzern denn noch so eine hose in farbe meiner jacke ok da ist keiner ich sehe kein vielleicht versteckt sich auch einer da hinten aber ich sehe ja nicht von hier aus ich habe mit eric geschrieben und er fragt mich wer ist da der daisy äh eric ja ich glaube der hat jetzt auch die stand-alone vielleicht wird er ja mitmachen oder nur die normale version ne kann er doch nicht der muss doch liegen also hier liegt dringende eine limonade die nämlich ist breit hier liegt breitrenner zu nehmen sind in der hinter dir hinter dir hinter dir er ist schon die ökste sogar einfach na du scheiß zombie na lalala geblieben auto nicht so hier im hangar ist nur eine hose okay was ist hier eine hose? irgend so eine rot äh graue da steht auch eine alter da steht eine der schieße ich jetzt ja? ja los mach es tot mach es tot tot ich guck mal ich guck ob oben noch einer ist du bist grad unten drin ne? kriegt jemand warte mal bleib mir stehen bleib mir stehen Aua! ich wurde angeschossen Aua! ich wurde angeschossen Lukas hübsch Alter mein Puls ist grad 180 leg dich hin verbind dich falls du blut ist womit soll ich mich verbinden? ich bin verbinde? ich blut aber nicht das würde ja da oben stehen kannst du die treppe runter? ich bin die treppe runter also da runter ja komm ich nur du bist oben ne? ja ich bin oben du bist das hier ne? ja Alter die Erde ist grad voll verschwommen ich glaube ich werde ohmächtig nein du bist geschockt warte geh weg ich bin weg ich geh nach oben du hast mich grad blockiert und ich höre Schritte außen d wir sehen uns gleich Untertitelung des ZDF für funk, 2017